So meine Freunde, wir spielen wieder eine Runde Ace of Spades. Wir haben schon mal einen Server rausgesucht und ja, drücke ich mal Connect. Ah ja, wie, ich habe gehört, wir nehmen Team Blau. Team Blau, ja, ich bin noch im Ladebisschen. Team Blau, aber auch Verstärkung. So, Start, Team Blau, oh ja. Und wir haben einen geilen Bomberpiloten. Ich nehme mal hier den Raketenschützen. Wie den sollte ich ja nehmen, habt ihr in den Kommentaren geschrieben. Den Raketenschützen? Ja, der mit dem Raketenwerfer, äh, mit dem Raketenboost hier. Ich dachte, den geilen Bomberpiloten. Ja, ich kann ja noch mehrere nehmen. Aber ich merke hier, hier ist schon wieder der Ping total von Arsch. Ja, aber bei den Gegner sind zwei, die haben, wobei es nur noch einer mit 55, ey, wo kommen die wohl bloß her? Das ist schon wieder abgefuckt hier. Ja, dann haben wir wieder eine solch die geile Ping und... Ja, das sind definitiv keine deutschen Server hier, aber die in Deutschland gehostet werden. Ja. Oder er wird fleißig geballert. Oh. Hier aber auch, oh, was. Da hat er mich einfach von hinten gekillt. Wo kam der denn her? Wo hält der denn aus? Nice. Noch ein gesnackt. Ich bin fast tot. Fuck. So, kurz warten und... Da hat er bestimmt nicht so ein Medi-Pack, ne? Jetzt will ich die Brücke wegspringen hier. Dann liegt ein Medi-Pack. Meini-Pack. Ja, nice. So. Na, die Gegner. Oh, da ist gerade ein Bombenangriff auf die Brücke. Ja. Aber das wirklich ein Bombenangriff war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er da viel drin. Doch, da kamen so richtig geile Bomben von der Müll geflogen. Aber gut, hab ich nicht gesehen. Und jetzt hat er hier noch ein bisschen TNT. Die Brücke ist hinüber. Hält der denn aus hier? Ach, geht ja. Aber so viel Munition hab ich auch nicht mehr. Ich muss mal ein bisschen Munition... Da hätte ich dir überall was rum. Ah ja, klar. Guck mal, ob wir den Giener hier ein bisschen überrennen können. Was ich cool finde, dass sich das Jetpack so schnell wieder auffüllt, hier. Fack, fack, fack von der Seite. Was hab ich eigentlich als Zweitwaffe? Muss ich mal kurz nachschauen. Ähm. Ach, ne Granate. Ja, okay. Zweitwaffe. Ja, gut. Ja, wenn du mal schaust von den Punkten her, ne. Wir sind natürlich... Sehr, bei dem Rückstand. Kann man nur ändern. 158 zu 27. Wenn zwei Mäste legen würde, dann könnte ich ja auch wieder hier ausholen. Hab ich dann von Ping, Moment. Äh, 100... 35, ja. Und meine Ping ist hier auch bei 143. Das ist schon echt übel. Er kann wurde, dass der eine, die ganze Zeit abgeht, hier. Ein Ping von 150, da was er hat. So, zack. Kommt hier auch der Nächste? Ah, dann hält ich auf. Da war ja leicht. Und er würde mich hier mit den Raketenwerfer snacken. Ah, ich seh dich so. Ja, das bist du. Oh Gott. Der hätte ich gekillt, der ist der mit dem guten Ping, ey, ist klar. Lass mich raten, der ist auch ganz oben. Ja, klar. Das ist normal, ne? Oh Gott. Ich meine, siehst du, wie die Leute hier am Ablecken sind. Ich frage mich eigentlich, können wir eigentlich auch selber eine Server hier erstellen, oder geht das nicht? Können wir ja gleich mal schauen. Obwohl so viel leere Server, wie es gibt, wäre es vielleicht clever, um mich auf einzujoinen, aber demnächst mal einen mit einer Ping auf etwa 40 oder so. Da war ja einiger. Gibt es ja Ping 40? Na doch, da gab es ganz viele. Also muss bloß eine ganze Weile warten, weil die komischerweise werden als letztes erst geladen. Okay. Also das dauert echt eine Weile, bis der die lädt. Was ich natürlich wiederum ein bisschen komisch finde. Ja. Ja, können wir aber am nächsten Mal machen, ne? Stirb doch, Junge. Ah, fuck. Oh Gott. Ja, zumindest habe ich eingesnackt. Also bei dem Ping, das ist echt übel. Ja, glaube ich. Ich meine, ich sehe es ja hier selber. Sack. Und mein Fliege ist auch immer ein bisschen tricky, weil wenn der lag, kann passieren, dass dann mit Knopf drücken nicht registriert wird und dann fliege ich nicht richtig. Bisschen Bullshit. Den Turm welche drin? Oh, war nicht so. Hier fliegt man ganz hoch, ist ganz cool mit dem Jack-Pack. Seht am Bomberpiloten, oh, da habe ich gekrittet. Hammergeil. Hat er nicht kommen sehen. Aber ich hätte gesagt auch nicht. Ach, egal, sprühen wir da runter. Oh Gott. Hast du jetzt eigentlich mal den Jack-Pack-Typen genommen? Den habe ich doch die ganze Zeit. Und? Geil? Schon geil. Ja, nur das Ohr. Ich habe leben ganz zu wenig. Ich habe recht kennengelernt. Nur danach ist es halt. Die Waffe, dem hat halt nur fünf und so einen Schuss in einem Magazin, ne? Ne? Ja, das merkt man. Bisschen wenig. Also klassisch wie so ein Maschinengewerdung. 25, 30 Schuss. Ja. Das ist halt so. Im Leben habe ich noch gar nichts. Oh, die haben da so komischen, die haben so komischen Bunker gebaut da unten. Oh, übel. Nice, Medikid ist mal hier am Start. Aber dann hätte ich. Aber wenn man nicht die ganze Zeit doll aufweilen macht, ist die Waffe ganz schön stark. Also ich räume ja eigentlich ganz gut ab, aber so. Aber den habe ich erwischt und sein dumm Bunker auch mehr geräumt. Dort gibt es bei uns hier nämlich nicht. Hier so einen Scheiß Bunker bauen und so. So Drecksecke. Oh ja, der ist MG gehabt. Oh ja, der ist schon wieder so ein Bomber-de-Moe. Gefällt mir ja gar nicht. Gar nicht, wenn ich da mittendrin stehe. Mittendrin statt nur dabei, ne? Ja, immer mittendrin, sag ich ja. Boah, ob man das unbedingt sein, bei so einem richtig geilen Bomben-Lapp-Woch? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich versuche mal hier rüber zu fliegen, wobei. Ja doch. Das schafft man. Ja. Und zwar voll aufgeladen, dann kriegst du doch hin. Ja, ja, klar. Ach, der ist nicht so so eine U-Bahn-Station, ne? Ist ja auch wie ja London die Karte, ja, ja. Ah, der ist ja der Typ, der ist mein Dabgau, ne? Der ist ja der Drecksack. Also das Maschinengewehr macht nicht so ultra-mega-Schaden. Aber wenigstens kann man damit schon geil schießen. Und das Fliegen ist halt voll geil. Ja. Weil man kann ein Gegner einmal richtig fertig machen. Der trifft einen dann nicht mehr ordentlich und so. Dann ist ja schnell abgefangen. Alter, was hier los? Ah, der war überall Geschütze, ohne Scheiß. Tot? Nö, ich bin noch am Leben. Noch. Fuck, jetzt bin ich tot. Aber ich habe doch richtig geil, was den Luft gejagt. Da waren irgendwie fünf Leute da unten. Also die haben ihren Stützpunkt da, den man da einnehmen kann. Der ist vergraben. Ja, ich habe da mal, ich habe das Granaten runtergeworfen, einen habe ich gekillt. Übel. Gar nicht, was habe ich als zweiter... Ah, ich habe auch diesen Torrent. Fuck. Ja, wir beide haben uns gegenseitig gekillt. Klar. So. Oh, ich glaube, wir haben den Stützpunkt jetzt eingenommen. Hammer. Ja. Na, ist ein bisschen weit weg noch von mir. Warte, der lebt noch. Fuck. Ich habe ihn mitgenommen. Oder nicht. Auf jeden Fall. Seht schon gut ab. Aber bei den Piloten... Bei den Piloten ist das echt immer abfuckend. Du weißt nicht, ob die tot sind oder ob die einfach nur hochgeflogen sind manchmal. Ja, stimmt schon. Also in so einer Situation, die schon hochfliegen. Ja, in so manchen Situationen, der fragt wohl, ob der jetzt nicht tot ist oder nicht. Verstand doch ins Sniper. Na, da kommt da wieder mein Freund. Oh, der hat mir einfach geknallt. Also Jetpack-Tüben sind schon übel. Vor allem, ich kann einfach über Deckung einfach rüberfliegen. Also nicht verstecken. Ah, schade. Ja, nee, wir haben auch noch einiges rausgeholt. Also guck mal, ja, 50 Punkte und... Ich meine, wo wir reingejoint sind, da waren halt schon die Grünen selber in Führung und... Ja. Oh ja. Ja, würde ich sagen, das war's mal wieder. Ja. War ganz lustig. Wir suchen uns einfach raus mit einem besseren Ping, würde ich sagen, ne? Ja, auf jeden Fall, also das geht so nicht. Jo, dann, ciao. No, ciao. Ciao. Ciao.